Herzlichen Glückwunsch ihr beiden für euer erster Weltcup-Sieg in dieser Kombination, wenn ich das richtig sehe. Ihr habt einen Start-Ziel-Sieg hingelegt. War das denn auch aus eurer Perspektive ein gutes Rennen? Ja, also für mich war es auf jeden Fall ein sehr gutes Rennen. Wir sind auch für uns sehr gute Zeit gefahren heute. Und natürlich konnten wir immer gegenhalten, wenn die Ukraine uns quasi nochmal angreifen wollte. Dann konnten wir immer nochmal ein bisschen gegenhalten. Das war für uns eigentlich sehr gute, konstante Leistung. Ihr habt seit der EM nochmal umbesetzt. Funktioniert das denn jetzt besser? Oder ist es anders? Habt ihr mehr Dynamik? Wie hat sich das für euch ausgewirkt? Ja, also quasi dadurch, dass es ein Parabereich ist, ist es ja dann immer ein bisschen andere Dynamik. Also Jan ist quasi mein Guide. Jetzt kann er einfacher, da er hinter mir sitzt, quasi mir die Sachen sagen. Es ist ein bisschen einfacher zu verstehen. Das kommt mir zugute. Aber auch rudertechnisch hat es unserem Trainer jetzt so rum tatsächlich nochmal besser gefallen. Und dann war er halt der Meinung, dass wir es erstmal so lassen. Danke. Und es war jetzt ein relativ kleines Feld hier. Ist die große Konkurrenz schon hier oder erwartet ihr da noch andere Gegner? Was ist sozusagen euer Ziel dann Richtung Paris? Also wir hatten ja jetzt von den bisherigen Nationen, gegen die wir schon gefahren sind, nur die Ukraine am Start. Die Ägypter und die Mexikaner, das waren jetzt neue Nationen, die über die Continentals dazugekommen sind. Aber international fehlt noch ein bisschen die Messleistung mit den Australiern, die den momentanen Weltrekord halten und den USA, die wir auch relativ stark einschätzen. Okay. Gibt es denn noch eine Vergleichsmöglichkeit dieses Jahr oder ist Paris die letzte? Wir fahren auch Posner noch und da gehen wir auch davon aus, dass das Meldefeld relativ groß ist und wir da tatsächlich für die Paralympics schon mal ein bisschen vorab schätzen können, wie wir uns da im Feld platzieren. Dann auch dort viel Erfolg. Vielen Dank. Dankeschön.